Wirst du schon wieder zum Bunker? Seinbar will jemand alle töten, den nicht helfen will. Nun, es ist dein Leben. Prepper, over. Honky Tonk, liebe Mitmenschen. Auf geht's zu einem weiteren Let's Play von Zombie. Zombie without you. He he. Okay, ich habe da die sexy Fingernägel von meiner Charakterin hier gesehen. So, dieser Part wird auch wieder live gestreamt an Twitch. Wir spielen blind. Das heißt, das Spiel spiele ich zum ersten Mal. Ich spiele es komplett durch. Ich wiederhole mich. Wir können mal ruhig das Licht, die Taschenlampe ausmachen. Wir haben ja den Generator vollgetankt und es ist hier im Safehouse wieder hell. Apropos hell, wir spielen heute um 11 Uhr in aller Herrgottsfrühe. Ich gucke gerade raus, es ist auch schon hell geworden. Es ist ein herrlicher, herbstlicher Oktobertag. Die Sonne scheint. Trotzdem ist es kühl, ein schöner Tag, um rauszugehen, zum Spazieren zu gehen oder eben ein Videospiel zu spielen, was zu dieser Jahreszeit passt. Und ich denke mal, Zombie passt sehr gut dazu. Auch wenn es meistens im Untergrund oder in geschlossenen Räumen spielt. Aber wir waren auch schon mal draußen in London. Und das sieht auch sehr herbstlich aus. Viel Nebel. Na gut, für Nebel ist ja London bekannt. Ja, ich versuche selber immer wieder irgendwie Videospiele zu spielen, die zur Jahreszeit passen. Ich weiß auch nicht. Aber genug der Vorworte und Einleitung. Wir schauen erstmal nach. Wir werden jetzt mit dem Spiel beginnen. So, was ist denn jetzt unsere nächste Aufgabe? Beschaffe die Panacee. Triff den Arzt in den königlichen Gemächern. Dr. Neid rief an und sagte, dass er die Panacee gefunden habe. Die schlichte Nachricht ist, dass es ein Impfstoff ist, kein Heilmittel. Aber ich muss ihm trotzdem helfen, sie aus der Stadt zu bringen. Es könnte die einzige Hoffnung für die Menschheit sein. Also wir sind praktisch die einzige Hoffnung für die Menschheit. Okay. So, was haben wir denn an Ausrüstung in unserem XXL Barb mit? Schauen wir mal nach. Schalten wir mal durch. Maschinenpistole. Armbrust. Magnum. Pumpgun. Maschinengewehr. Granate. Sturmgewehr. Noch ein Maschinengewehr. Okay. So, dann begeben wir uns jetzt mal wieder zum Buckingham Palace. Auf geht's. Bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Okay. So, da sind wir beim Arzt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Trifft den Arzt in den königlichen Gemäldern. Was ich jetzt nochmal durch den ganzen Buckingham Palace. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Caution. Caution. Biohazid. Also verseuchter Abfall. Das ist ja cool. So eine Tonne für verseuchten Abfall. Hehe. Sollte man auch mal haben und dann für die Müllabfuhr hinstellen. Mal sehen, ob sie den mitnehmen. Hier haben wir noch mehr von diesen Containern. Oh, da können wir uns ein paar mitnehmen. Da sind die Deckels. Oh, bei der Musik schwand mir Böses. Beziehungsweise nichts Gutes. Also ungutes, um genau zu sein. Eine Maus und eine Tastatur. Können wir die gebrauchen? Und ein ganzes Computer Equipment. Boah. Alter. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns noch mal merken, von wo wir gekommen sind. Kurz davor, da habe ich mir einen Wolf gesucht und habe den Ausgang nicht gefunden. Obwohl ich weiß ich, wie oft schon hier war. So, also neben der Treppe rechts, also wenn man auf die Treppe rauf guckt, rechts, geht zum Arzt, zum Labor. Okay. Und vom Labor aus auch wieder zum Gully. Und geradezu von der Treppe geht es hier zum Rahmenversteck, wo man sich ausruhen kann. So, wo müssen wir jetzt hin? Hm, hm. Hm. Such den Arzt im Buckingham Palace. Aha, wahrscheinlich hat nur der Arzt die Sicherheitsfreigabe. Ja, okay. Ab in den Aufzug. Achtung, ab hier gibt es keine Umkehr mehr. Wenn du den Aufzug nimmst, startest du die letzten Sequenzen von Zombie. Aha, wir befinden uns also kurz vor Schluss. Das ist aber nett und gut vom Spiel, dass wir darauf hingewiesen wären. Dann schauen wir uns doch jetzt nochmal an, ob wir noch irgendwelche anderen Aufgaben zu erledigen haben. Oh, nichts weiter. Meine Überlebenszeit unten rechts. Mit dem Charakter natürlich nur. Fähigkeiten sind kaum verbessert. Jedes Mal, wenn man krepiert, fängt man wieder bei Null an. Naja, gut. So, dann wollen wir mal schauen. Ich denke mal, wir haben auch alle Orte besucht, die es im Spiel zu besuchen gibt. Hier sind die Brick Lane Wohnungen, den Tower of London, den Buckingham Palace, Victoria Memorial, das Safe House, das ist klar, das ist die Basis. Brick Lane Markt, Spittelfield Green, Baconfields, ja, das war der Kindergarten. Ja, und das Blatt hört auch auf. Und die St. George Church. Ja, also, wir haben alles besucht. Ich denke mal, wir sind, wir haben alle Levels. Und wir nehmen jetzt den Aufzug. Ab jetzt gäbe es kein Zurück mehr. Wie so ein Geisterzombie. Wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Da oben rennt auch einer rum. Wir werden mal das Licht auslassen. unsere Taschenlampe, damit wir ihn nicht auf uns aufmerksam machen. So, unsere Pfeile nehmen wir wieder auf uns. Äh, ich meine, nehmen wir wieder auf. Und irgendwo ist hier wieder so ein Radar, was unseren Empfang stört. hier, 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 nein. Was ist das? Da ist dom Aquino! Da ist Dich! Da ist Dich! Aidee! Bine!! Wie so ein Spuckfink. Und der Nächster an. Hey, das ist aber schnell. Hey, das ist aber schnell. Ja, drüben. Jetzt hat er mich entdeckt, oder? Hat er mich entdeckt? Nee. Warte. 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 Erwischt ja, aber nicht richtig. Wo ist der Textor? Es le okay. Hier waren wir schon. Ich suche nur den Störsender. Ich suche nur den Störsender. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er? Keine Muni mehr. Kann ja nicht wahr sein. Kann ja nicht wahr sein. Ich suche nur den Störsender. Ich suche nur den Störsender. Ich suche nur den Störsender. Das müssen wir auch ändern. So. Nicht verschmeißen. Ich suche nur den Störsender. 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 Nein! Oh, zwei Schuss. Oh, zwei Schuss. Palastküchen, da waren wir noch gar nicht, oder? Ich habe keine Munition mehr. Das gefällt mir gar nicht. Okay. 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 Ich muss gar nix aufheben. Hat der mich von hinten? Ich muss gar nix aufheben.